ja irgendwie das gefühl dass hier wieder eine menge leute sterben werden hier oben beim stau dann da scheint schon mal eine strecke von marcus zu sein nein also gefunden das ist nicht von mir strecke ich lege zwei um und er kommt und macht gleich wieder von hinten eigentlich ist von hinten immer kevin seine aufgabe oder naja das war ja kevin der kick kevin komponenten jetzt wollte ich hoffe ich habe es gerade gesehen weil ich kann man die märz das ist da die sprache weil ich habe jetzt noch ein scheiß scherke ist dort bleibt gepläte kuh wieder hier runter aber ein gestorben habe ich helfe dir aber ich danke ihnen fluss kommt auf dem berg stehe wir da rein gerannt ist ja wenn ich noch irgendwo wie kannst du noch leben alter du hattest du noch millimeter balken alter das ist auch da dumm gemacht dass man einfach da oben landet das ist auch da oben ja auch ich jetzt beide bis zum fuß des berges schiffen okay Oh, Alter! Alter, was ist das? Er kommt einfach aus dem Zipras gespuckt und will nicht mal vollkennen. Nein! Oh, nö! Wieso kann ich denn hier nicht? Oh, ich seh ihn nur noch! Ich komme! Du kommst gar nicht richtig runter vom Berg. Du kommst schon runter, aber nö. Ach, Mist! Er ist echt auf beide Seiten. Oh, das kann wie wahr sein! Was auf dem Berg ist los? Das gibt es nicht! Der läuft nicht! Das ist nicht wahr! Ich habe gerade den Deckel bekommen und trotzdem kriege ich noch nachladen. Vor allem der Waggon da oben auf dem Berg auch sehr schön ist total. Das ist ein ganz mieses Ding! Ja, ich habe ihn schon gesehen. Aber das ist nicht schlecht! Geh weg! Von zwei Seiten, Alter! Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Das kann doch nicht wahr sein! Das kann doch schon wieder vom Berg oben, Alter! Mann, 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 Mann! Ich wollte nur da hoch! Ich weiß wohl nicht, wo ich hier langlaufen kann! Aua! Mann! Du bist das hier! Aua! Das war gut! Das war gut! Das sah gut aus! Ja! Hey! Oh, ich musste noch hören! Ha, 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 ha! Boah, wo war der denn, ey? Ich war auf dem Berg! Ach, das habe ich gar nicht gesehen! Oh, mein Rutsch wieder runter! Das habe ich auf sie schon gehabt! Ich sehe es halt nicht, wie soll man da hochkommen? Das Problem ist, dass jedes Mal so auf den Scheiß Bergsport und dann schluckt es Oh, mein Rutsch! Ach, da steht immer noch ein Punkt! Ach, da steht immer noch ein Punkt! Ich habe es voll drauf, mein Dicker! Ich habe es voll im Bild, die du da vor mir runterplumpst! So geil! Du hast eigentlich auch nichts mehr gehabt! Du hast nichts mehr gehabt! Nein! Wie so ein Typ mit der nicht gerade auslaufen kann, so! Aua! Aua! Scheiße! Ja! Habe ich dich noch erwischt? Ja! Aber die Map ist gut für dich! Ich mag die Map! Da stehst du! Ja, die hat was! Ah, das haben wir geschossen! Mit der letzten Kugel! Ey, meine konnte Korn nicht schießen, das blöd! Ja, ist doch! Boah! Ah, scheiße, ey! Das war jetzt auch rein! Von oben kann man gut in den Ausschnitt gucken, Sven! Du wieder hin guckst, du verakelst! Du… Ich habe mich als Kopfschmerzen gefunden, das ist voll tot! Ich will nicht mehr den Kante guck, wie der Wunder fällt! Mit der von Töte! Das lässt nicht wahr! Das auf der anderen Seite! Aber nie, dass ich erledigt habe. was du auch nicht ich habe keine munition mehr weil du musst doch welche einsammeln ich kann man nicht mal doch hin weil jedes mal den scheiß berg des vorken muss direkt lasse ich in ruhe ich habe keine munition ich kann mich nie werben ich finde das immer so geil wenn jemand oben auf den berg sport und dann abgeschossen wird und ausrutscht das ist schon zum feiern da kam das nach so und von der seite ja da kommt richtig reingetroffen ich werde die ausfallen werden aber die hunde fressen nur die zunge gefällt ihr heute wird das letzte jahr das war jetzt hart gesorgt das wächste du magst es doch hart er geht nur von sich selbst aus